Hi Leute, ich bin AC Player und das ist die vierte Folge von Rayman Legends. Wir spielen hier weiter. Jetzt haben wir Elysia auch noch gerettet. Jetzt haben wir hier ein Level. Castle Rock, was ist das? Feuer Odem. 4 Totenköpfe. So, da haben wir den ersten Kleinling schon. So, bis jetzt verfolgt uns hier nichts. Na? Puff. Puff, Puff. Wow. Haben wir hier jetzt einen Kampf, oder war? Das ist ein Bosskampf. Man. Man. Doch. Doch, ich konnte ihn doch treffen. Na komm her. Aber jetzt noch nicht. Aber jetzt werde ich ihn treffen können. Wow. So. Jetzt ist er erledigt. Ich glaube noch nicht. Entschuldigung. Super. Ich bin doch ein Aff. Ohne Witz. Was mache ich denn? Nein. Voll in das Feuer. Ich bin doch echt ein Aff. So habe ich dich jetzt mal wieder. Wir sind hier irgendwo im Krieg, so wie es aussieht. Wow. Toll. Weiss. Super. Hä? Wie soll ich das denn machen? Eieieieiei. War doch nix. Aber schon die Idee war schon mal nicht schlecht. Gott sei Dank haben wir hier unendlich Leben. Hm. Hä? Ah. Und ich spring voll in das Feuer rein. Ja komm 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 komm. und er will ihn nicht wo aufpassen Mann, jetzt bin ich voll in das Ding da reingeflogen Na komm Nein Muss ich einfach keine Ahnung abwarten oder was muss ich denn machen Mann, jetzt näherst du mich langsam Ich kann ihm ja nichts machen Wie soll ich denn da gegen diesen Drachen gewinnen So, ganz ruhig Ich muss mich ja immer unter dieses Ding stellen Und er hat dieses Kissen da So, Achtung Aufpassen Na komm jetzt her So, jetzt habe ich ihn Kleiner fetter Drache So, und Krieg ist fertig Oh nein, der schon wieder Stecken geblieben Achso Den haben wir jetzt rausgeschossen Aber heftig So So Macht man das Genau So Und wir haben alle drei wieder Gold bekommen Ja Ja Hier haben wir Gold bekommen Looms Looms haben wir gewonnen Ein paar So Castle Rock Was ist denn das für ein Level Ich glaube das ist ja Fortsetzung Von dem Was wir gerade eben gespielt haben Toll Toll Schauen wohin das uns bringt hier Was wir? Was wir ja Was wir jetzt passiert oh Was wir das so Weil wir uns müssen Queil machen wir So Was wir denn nicht Schauen wir uns Was wir denn nicht Wanderバm Was wir denn nicht So, da haben wir den zweiten. Der wird ja voll cool gemacht. So ein Musiklevel. Ein bisschen wie Benny Hill. Nein, den habe ich verpasst. Jetzt habe ich ihn. Und der Raymond. Wie ein Mettler. Jawoll. Haben wir alles. Rock das Schloss Trophäe erhalten. So. Das heißt, wir haben hier. Unglaublich, du hast diese Welt von Albträumen befreit. Du hast diese fünf Glückslose wirklich verdient. Okay. Das heißt, jetzt können wir mal rubbeln und rubbeln. Ein Gemälde. So. Und weiter geht's. 500 Lums. Jetzt haben wir noch vier rubbellose. Hier. Da haben wir ein Kuscheltier. Das rubbel mich Baby. Das ist ja typisch so Rayman. 1000 Lums. So. Back to Origins. Und jetzt fehlt nur noch einer. Ein Kleinling. Wunderbar. So. Dann fehlen uns hier drei Kleinlinge. Toad Story. Fiesta de los Muertos. Fiesta de los Muertos. Dann haben wir hier. Ah, das fehlt uns noch. Okay. Dann gehen wir mal zum Toad Story. So. Und da haben wir das erste Level. Rayman und die Bohnenranke. Das machen wir noch. Ah, okay. Da kann ich hochfliegen. Okay. Das ist ja Shane. Und da komme ich weiter, so wie es aussieht. Oh. Das reißen wir aus dem Boden raus. Und hier kommen wir auch nicht weiter. Das heißt hochfliegen heißt es. So. Hier haben wir jetzt nichts verpassten. Ja. Hier bestimmt hier ein was. Uh. Genau. Das habe ich gewusst. So. Da haben wir ihn. Nein. König. Danke. Ich habe die Aulip. So. Und jetzt geht es weiter. Ich glaube hier geht es sogar weiter. Aber hier. Warte mal. Ah. Da waren wir ja. Okay. Okay. Jetzt weiß ich wo wir sind. So. Höher geht es nicht. Nein. Höher geht es nicht. Aber. Nein. Hier waren wir auch. Okay. Das heißt jetzt geht es hier weiter. Ja. Ich will aber nicht in den Kameramodus wechseln. gehen. Ei, 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 ei. Wo ist der eine? Boah, das ging jetzt aber schnell. Wo ist der? Je. Da haben wir den dritten schon. So, aber hier gibt's nix mehr, oder? Doch, natürlich. Was ist das? Okay. Yay. Super. Diese Level sind gar nicht so einfach, die sind schon kompliziert. So, und jetzt aufgepasst, wieder, dass wir hier ihren Mist bauen. So, da haben wir auch was Gutes. Wir haben den nächsten Lurm, nicht Lurm, Kleinling. So, die können wir sammeln, damit wir ja diesen goldenen Pokal bekommen. Oh. Oh. So. Boah, Mann. Ai. Nein. Wieso? Aufpassen, aufpassen. Aufpassen, aufpassen. Yes, Scott. So, jetzt fällt uns einer. Und den einen haben wir irgendwo verpasst. Ein toller Anfang. Wenn wir schon einen verpassen. Und da ist das Ende. Okay, dann können wir wieder zurück. Also in dieser ersten Welt haben uns nur noch nur drei gefällt. So. Uhu. Aha. Da wird etwas aktiviert. So. Rubel los. Glücks los. So, schon wieder ein Kuscheltier. Und das nächste Level ist Wind der Verwunderung. Rette Aurora. Die können wir jetzt auch retten. Dann haben wir hier auch paar Levels im Rausch der Höhle. Hier brauchen wir 115. Was stand denn da? Bitte hol mich hier raus. Ich bin hinter dieser Tür eingesperrt. Da sind auch noch ein paar Levels, ja. Und hier ist Orchestrales Chaos. Außer so ein Musiklevel. So, aber bevor wir zum nächsten Level gehen. Das machen wir dann eh. In der nächsten Folge möchte ich noch hier etwas gucken. Da gibt es ja noch diese Levels, gell. Oh, okay. Springung. Ah, okay, okay. Alles klar. Challenge. Herausforderung. Zeig mal, was ist denn das? Wow. Hier findest du jeden Tag neue Herausforderungen. Erklimme die Ranglisten, um am Ende der Herausforderung einen Pokal zu gewinnen. Pokale bringen dir Punkte ein, die deine Genialitätsstufe steigern. Noch sechs Tage wöchentliche Herausforderung. Ah, okay. Also das wird quasi jede Woche aktualisiert. Okay. Okay. Das werden wir auch noch machen, aber jetzt nicht mehr. Heute Kung Food Kickboxen. Was ist das? Ach so, hier kann ich gegen andere spielen. Ja, und wenn ich hier raus möchte, Hauptgalerie, okay. Nachrichten in dem Koffer will ich jetzt gar nicht sehen. Hier, Kuscheltiere. Sag mal, was haben wir denn hier für Kuscheltiere? Tag für Tag bringen deine Kuscheltiere neue Looms hervor. Sammle so viele Kuscheltiere wie möglich, damit immer genügend Looms vorhanden sind. Die Robos. Die Schweine. Okay, das war's hier. Und dann haben wir noch was. Back to Origins. Was ist denn das hier? Willkommen in zurück zu den Ursprüngen. Hier findest du fünf neue Welten mit vielen neuen Gemälden und hafenweise Kleinlingen, die gerettet werden wollen. Ruble, Glückslose, um diese Gemälde freizuschalten. Okay, also hier haben wir auch noch ein paar Levels. Je, wir werden aber lange mit dem Spiel hier zu tun haben, so wie es aussieht. So, machen wir dann in der nächsten Folge, spielen wir dann weiter, hier in dieser zweiten Welt, Toad Story, die Zauberkröte. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal und Tschüss. Tschüss. Vielen Dank.